Happy New Year! Willkommen zurück zu einem neuen Video. Cool, haben wir wieder eingeschaltet. An dieser Stelle ein frohes neues Jahr. 2023 hat angefangen. Wir sind alle gespannt, was uns da erwartet. Und ja, wir reacten heute zu einem Lied. Ihr könnt dreimal röten, wie es heisst. Happy New Year! Dabei haben wir als Music Director Hip Hop Tamila. Die kennen wir auch aus Buck and Wonder. Oder Klapple Mapple. Und das geht ja recht ab eigentlich. Und jetzt bin ich auch mega gespannt. Schaffen sie es auch, einen guten New Year's Song Vibe aufzubauen mit diesem Lied? Können sie das meistern oder nicht? Auf jeden Fall, als Director haben wir dabei K.V. Ernand. Der ist leider gestorben. Letztes Jahr. Es ist ja auch schon ein Film aus 2017. Aber ich bin mir sicher, dass er da wirklich etwas mega cooles aufgebaut hat. Und ich hätte gesagt gehabt, wir lassen uns jetzt mal überraschen von diesem Lied. Ich bin ein Film. K.V. Oh, man lucht immer alle die Belüftungen an. Voll wie Weihnachtsbüren oder als Happy New Year New Yorks lüften. Ja, das bringt's mir schon an, ey. Ja. Äh, der Wicca Siruri. Kennen wir auch das Vikram oder das Master? Haben wir auch schon Reaktiv gesehen? Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Jetzt kommt's ab in den Club, genau so seit Neujahrs. Dance? Come on, come on. Cafe card. Am I? Hardy New Year. Ja. Intermikum Oh my god Geil, 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 ich fühle die Energie, ich fühle das Feuer mega, ich muss sagen, ich habe mich kurz daran gewöhnen, weil ich habe etwas anderes erwartet, natürlich Hipop-Thamilla geht halt recht ab, aber so New-Yours-Lieder kenne ich ein bisschen anders, deshalb habe ich ihren Moment gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, aber wenn du in den Vibe reingestartet bist, geht es einfach ab, und das hat mich mega erinnert, eigentlich an so ein Event, ich war mal an einer tamilischen Hochzeit, ich glaube das habe ich auch schon mal erwähnt, vor ein paar Monaten, und die sind auch so krass abgegangen, was ihr einfach könnt, ist tanzen, feiern, high energy, das Feuer reinbringen und einfach abgehen, und ich liebe es, das ist so geil, und das haben wir jetzt da halt auch einfach wieder gemerkt. Auf jeden Fall, er hat mir mega, mega gefallen, ich denke Hipop-Thamilla hat es gut hinbekommen, nicht so wie ich es erwartet habe, aber es macht Sinn, es macht Sinn von den Liedern, die ich schon von ihnen mitbekommen habe, wo sie auch Music Directors waren, aber an dieser Stelle, nehmt ihr in Naborgelei, danke viel, vielmals fürs Zuschauen, und ein frohes neues Jahr, tschau zusammen. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Bis zum nächsten Mal.